Hallo zusammen, Thomas hier. Was ist bei Adobe los? Ihr werdet euch erinnern, die Preise werden sich erhöhen und zwar ab dem 1. November. Wenn ihr also jetzt noch umsonst die KI, Firefly, in den aktuellen Funktionen ausprobieren wollt, dann haut rein. Denn ab dem 1. November müssen wir in mehr oder weniger großem Umfang Geld dafür bezahlen. Adobe hat jetzt, na ich sage mal, ein bisschen versteckt bekannt gegeben, dass das Bezahlmodell, das wir für die Firefly Ergebnisse in Photoshop beispielsweise Geld bezahlen sollen, über sogenannte Credits, das Ganze wird verschoben. Und zwar mindestens auf den 1. Januar 2024. Und das Spannende ist, das sieht man noch nicht überall. Und da vielen lieben Dank an den Olaf Giermann von The Dogma, über dessen Blog ich überhaupt auch selber darauf aufmerksam geworden bin. Denn wenn wir uns anschauen, auf der deutschen Seite vom 27. Oktober in der FAQ zu dem Thema Generative Credits, generative Kredite, das Bezahlmodell, das eingeführt werden soll, dann steht da immer noch 1. November. Ab dem Zeitpunkt muss man Geld dafür bezahlen. Diejenigen von euch, die mit Photoshop arbeiten und das generative Füllenwerkzeug und ähnliche verwenden, werden gemerkt haben, nö, das ist weiterhin umsonst. Und auf der US-amerikanischen Seite, da steht bereits, eben und ebenfalls datiert auf den 27. Oktober, dass eben das Ganze verschoben wird. Und man soll am 1. Januar nochmal schauen, 2024, wie sich das Ganze jetzt verhält. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass momentan Adobe in einigen Bereichen durchaus technische Probleme hat. Wir gucken uns auch gleich nochmal ein paar Beispiele an, die Beispiele, die ich schon gemacht habe, denn, was heißt gemacht habe, die wir uns schon mal angeguckt haben, in Verbindung mit generativem Füllen und generativem Erweitern, gucken wir uns mal an, ob es da Verbesserungen inzwischen gibt gegenüber dem, was wir vorher hatten. Die Auflösung wurde angeblich verbessert. Ich muss gestehen, ich sehe da keinen Unterschied. Und zwar von 1024 mal 1024 auf 2048 mal 2048. Das ist das eine. Aber diese Auflösung reicht natürlich für professionelle Anwendungen immer noch nicht aus. Und das zweite, es gibt Anwendungen, es gibt Fotos, Bilder, Genres. Da funktioniert das schon grundsätzlich vom Ergebnis her vorragend, abgesehen von der Auflösung. Und es gibt welche, da funktioniert es immer noch nicht wirklich gut. Es ist besser geworden, aber eben noch nicht, dass man damit professionelle Ergebnisse erzielen könnte. Und die haben momentan wirklich bei Adobe alle Hände voll zu tun, mit diesen Problemen umzugehen und sie zu lösen. Und das ist nicht das einzige Problem. Lightroom, der Classic, ist seit der Einführung von der Version 13 oder die Probleme sind unverändert ungelöst. Mir schmiert Lightroom auf meiner Windows Workstation. Neueste Hardware, alles super ausgebaut. Zwischendurch ganz gerne mal ab, bleibt ganz gerne mal hängen. Ich hatte jetzt sogar mal so ein Klötzchen-Effekt, dessen ein Foto in Quadraten aufgelöst wurde. Das wiederum war allerdings auf dem Mac. Und da muss man sich offensichtlich bei Adobe relativ viel Zeit lassen, weil es richtig massive Schwierigkeiten sind. Also da ist einiges zu tun. Und in dem Zusammenhang Firefly ist wohl auch noch nicht so fertig, wie man das wollte. Und dementsprechend verzögert sich das Ganze. Und welche oder wie viel es besser geworden ist und was eben noch nicht besser geworden ist, das wie gesagt, gucken wir uns jetzt mal schnell in ein paar Beispiele an. Einmal eine Landschaftsaufnahme, dann die junge Dame, der der Kopf fehlt, den wir dann ersetzen wollen oder ergänzen wollen. Und diese junge Dame hatten wir mal durch ein Schaf ersetzt. Mal gucken, inwiefern sich das voneinander unterscheidet. Fangen wir an mit der Aufnahme aus dem Monument Valley. Wir machen einfach das, was wir beim letzten Mal auch gemacht haben. Wir erweitern das Ganze in verschiedene Richtungen und wollen dann auch noch einen Fluss ergänzen. Und zwar Flussgrünes Wasser. Das ist genau das, was wir beim letzten Mal auch gemacht haben. Da brauchen wir jetzt auch den direkten Vergleich gar nicht. Und dann lassen wir das Ganze mal generieren. Mal gucken, was passiert. Ich lasse das jetzt in Echtzeit durchlaufen. Geht sehr schön schnell. Deutlich schneller als beispielsweise das, was wir in Luminar mit dem Generated Erase momentan haben. Das dauert wirklich echt sehr, sehr lange. Also die Daten werden hier wieder an den Server geschickt von Adobe. Die Ergebnisse werden gerendert und dann kommt das Ergebnis zurück. Und immer dann, wenn der Balken da gleich weg ist. So, und perfekt. Es sieht absolut täuschend echt aus. Wir haben einen Fluss. Könnte auch ein See sein. Aber wir haben einen Fluss und wir haben grünes Wasser. Das, ja, mit leichter Überflutung. Das in interessanter Weise wird fast immer beim ersten Versuch reingerechnet. Allerdings, ich habe es gerade angesprochen, wir haben immer noch das Problem mit der Qualität. Wir haben hier diesen starken Qualitätssaum. Ich muss gestehen, ich kann keinen Unterschied, ich habe es gerade angesprochen, sehen, ob das jetzt schon eine höhere Auflösung ist. Landschaft und ähnliche Architektur und solche Sachen, die gehen inzwischen wirklich super, super gut. Aber es gibt noch Schwierigkeiten, gerade bei Lebewesen, insbesondere bei Menschen und auch bei Tieren. Machen wir hier das Gleiche. Wir hatten seinerzeit das Ganze in diese Richtung erweitert, in der Hoffnung, dass hier ein Kopf einer Frau ergänzt wird, die Frau komplett wird. Gucken wir uns gerade mal das Ergebnis an, das ich beim letzten Versuch generiert bekommen habe. Allerdings mit einem ganz großen Problem. Die Gesichter sind immer ziemlich merkwürdig. Da stimmt noch eine ganze Menge nicht. Das sieht mehr nach verunglückter Schönheitsoperation aus. Und jetzt lassen wir das Ganze, ohne dass wir jetzt irgendwas ergänzen, lassen wir das Ganze mal generieren. Mal gucken, was Adobe Firefly daraus macht. Man könnte den Prompt natürlich auch nicht geben, dass die Frau vielleicht blond sein soll und ähnliche Dinge. Aber ich lasse das jetzt erstmal weg, denn es geht ja erstmal darum, wie sieht denn die Person aus? Gibt es weiter Artefakte? Da fällt mir im Übrigen ein, beim letzten Mal hatte ich darauf hingewiesen, dass Adobe nicht in der Lage ist, die Finger hier sauber zu generieren. Wie wir sehen, waren die schon drin. Und damit sind die zumindest erstmal in Ordnung. So, wir sehen, dass die Person, ich finde, deutlich besser aussieht. Gucken wir uns mal die anderen beiden Ergebnisse an. Das ist die junge Dame und das ist die junge Dame. Die Ergebnisse sind deutlich besser geworden für mein Dafürhalten. Dennoch, die Augen sehen noch ein bisschen komisch aus. Das sieht immer noch ein bisschen sehr maskenhaft aus. Auch hier, der Mund ist noch ein bisschen schief. Die Augen sind besser geworden. Auch die Extremitäten, so wie Ohren und sowas, es ist besser geworden. Aber es ist noch nicht auf dem Niveau, dass man es, und das ist hier der Hintergrund, ernsthaft verkaufen könnte. Und dessen ist sich Adobe bewusst. Also wenn wir uns das Auge angucken, da so ein Auge möchte, glaube ich, niemand, wenn niemand haben. Auch die Nase sieht ein bisschen flächig aus. Auch der Mund ist ein bisschen komisch. Also da ist durchaus noch Optimierungsbedarf. Jetzt gucken wir uns noch ein drittes Beispiel an. Und auch da zunächst das, das war das erste Video zum generativen Füllen, was ich gemacht hatte, wie das Ergebnis aussah. Denn ich habe diese Frau durch ein Schaf ersetzen lassen. Ist nicht nett, aber es ist ja nur ein Foto. Und jetzt haben wir oben wieder die Variation. Das Schaf so und das Schaf so. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir die Frau oder was passiert, wenn wir die Frau auch hier durch ein Schaf ersetzen lassen. Da müssen wir jetzt nicht alles auswählen, sondern nur diesen Bereich. Und da schreibe ich da rein Schaf. Na, ich habe beim letzten Mal Schieb geschrieben. Das machen wir auch mal ganz genauso, obwohl Adobe Firefly inzwischen gut 100 Sprachen beherrscht. Aber man weiß es nicht so ganz genau. Dann lassen wir mal generieren. Mal gucken, wie das Schaf aussieht oder die drei Schafe, die uns zunächst angeboten werden, im Vergleich zu dem Schaf, was wir gerade oder den Schafen, den wir gerade gesehen haben. Gut, schauen wir mal näher rein. Das Schaf, glaube ich, das sieht fast genauso aus wie eins, das wir schon vorher hatten. Und wir sehen, naja, die Augen sind ein bisschen eigenartig, so ein bisschen zombieartig aus, wie bei Shaun of the Dead oder bei anderen Zombiefilmen, wenn die nur so weißliche Augen haben. Das passt noch nicht. Wie sieht das scharf aus? Die Haltung ist sehr gut, auch die Beleuchtung scheint zu stimmen, was im Übrigen deutlich besser funktioniert. Inzwischen sind auch Extremitäten, so Beine und sowas. Das hat vorher auch nicht sehr gut funktioniert. Das wird jetzt inzwischen gut gerendert. Aber mit Gesichtern hat Firefly noch Probleme. Und hier gibt es auch Artefakte. Dieses Gelb ist irgendwie sehr unmotiviert am Ohr und ähnliche Dinge. Und das dritte Schaf gucken wir uns nochmal an. Das sieht eigentlich fast am besten aus, finde ich. Hat zwar, sieht aus, als wenn das Bonbons da reingeklebt hätte. Und auch hier die Augen. Da ist schon zwar schon eine Augenhöhle, aber das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen ist da durchaus noch einiges bei Adobe zu tun, damit man uns dafür auch Geld abknöpfen kann. Adobe tut gut daran, die eigentlich geplante Einführung der Generative Credit zum 1. November zu verschieben. Denn wir haben gesehen, die Qualität, sowohl die Auflösung als auch das Bildergebnis, ist noch nicht das, was man erwarten darf, um damit qualitativ professionell zu arbeiten. Das funktioniert noch nicht. Und der Schuss wäre absolut nach hinten losgegangen, hätte Adobe zum 1. November tatsächlich dafür Geld haben wollen, für teilweise wirklich unbrauchbare Ergebnisse. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auch daran arbeitet, ein gestaffeltes Bezahlmodell einzuführen. Dass ein Credit nicht gleich ein Credit ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man weniger hohe Auflösungen anbietet und die High-End-Auflösung anbieten wird, mindestens in der Konstellation. Und dass man dann entweder weiterhin sehr günstig, vielleicht sogar teilweise umsonst, das Ganze nutzen kann, auch natürlich um die potenziellen Kunden anzufixen, wie gut es dann inzwischen funktioniert. Und dass man für die professionellen Anwendungen dann sehr hohe Auflösungen anbietet. Denn selbst die 2048 mal 2048 Pixel des Ergebnisses, was da reingerendert wird, die reichen bei hinten und vorne nicht. Es muss Adobe gelingen, die gleiche Auflösung zu erzielen, die man an den Server schickt. Ausgehend von dem Bild, was ich da nutze. Habe ich ein sehr hochauflösendes Foto mit einem 45 Megapixel-Sensor, dann muss das generative Füllen, das generative Erweitern genau dazu passen. Es kann nicht sein, dass wir da unschärfe Säume haben oder dass es ganz unscharf ist. Also ich denke, da ist noch einiges zu tun. Es würde mich nicht wundern, wenn selbst der 1. Januar nicht gehalten werden kann. Ich denke, das ist noch ein relativ großer Baustein, den man da lösen muss. Wir werden auf jeden Fall sehen. Fakt ist auf jeden Fall, diejenigen, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben oder die sich dann noch einarbeiten wollen. Wir haben jetzt alle zwei Monate mehr Zeit, um mit dem generativen Füllen kräftig zu üben, damit wir nämlich dann, wenn wir es wirklich qualitativ, hochwertig, professionell nutzen wollen, dann wirklich wissen, wie es geht und wie wir insbesondere auf dem Prompt bedienen müssen, können, sollen, was wir da eingeben sollen.